Smetering ist für mich powernd, divers, netzwerken, zukunftsorientiert, bereichernd, engagiert und stark. Also meine Mentorin ist einfach nur ein Herz. Wir haben uns direkt verstanden und waren irgendwie auf einer Ebene. Wie ich denn da ankommen kann, wo ich eigentlich sein möchte und das mir auf jeden Fall Gold wert. Tatsächlich, wie helfe ich es, eine Stimme zu stärken, die noch fehlt. Ich habe das Bedürfnis, das weiterzugeben, auch an die nächste Generation. Weil dieses Programm sehr, sehr viel für Diversität im Journalismus und in den Medien tut und ich möchte Teil davon sein. Ich habe sehr viele neue Bekanntschaften gemacht. Ich bin auf jeden Fall viel mutiger geworden. Ich habe mich bei Feenwoer Unterrierten beworben, was ich mir früher überhaupt nicht getraut habe, weil ich eben nicht Muttersprachlehrerin bin. In fünf Jahren sehe ich mich in einer deutschen Redaktion als Journalistin tätig. Redaktion alsNEY das heißt, es Craftsman, ist die einzige Motivation für Diversität. Untertitelung des ZDF, 2020